Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. 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 Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Die Generante des der Schmalch des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer in Klampe hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktion nur verhindert. Es hat mich jeden nur ein Schiffpicken... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mist gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volkchen! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird erzaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, öffnen Sie sich der Fall dich! Er jagt euch wie eine Kugel durch den Kopf! Ich werde die Angelegenheit nicht zurückkommen! Ich hab eine Kugel! Dann sieBC, mal! Ich bin lieber ein Kugel!